So, ich habe euch eine kleine Info zu geben. Ich war in San Pedro Atacama unterwegs und da haben mich zwei Typen aus Köln, der eine 24, der andere wird im Mai 27, beide blonde Locken, beide blaue Ohren. Der Größere von ihnen spricht sehr gut Spanisch und hat einen Rucksack, der ist so purpur hinten dran. Der andere, den habe ich meinen Schlafsack gegeben, den Kleinen, und der Schlafsack, der hängt bei dem am Rucksack unten dran, ist so, ich sage mal, Armee grün. Die Benentypen, ich habe ihnen geholfen, die Benentypen haben mich beklaut, vom Rasierapparat über Geld. Und ich bin auf diese Benentypen wirklich stinkesauer. und wer, die sind jetzt unterwegs, irgendwo Richtung Bonneseires. Und wer auf der Welt diese Benentypen sieht, bitte eine kleine Info. Ich würde mich freuen, wenn ich diese Benenköpfe aneinanderschlagen kann.